Radio Peter Für Sonntag, 25. Oktober 2015 ab 20 Uhr. Sie war 25 Jahre im Chor von James Last, wohnt in London, kommt eigentlich aus Wales. Sonja Jones Ich habe sie am 17. September dieses Jahres in London besucht und sie erzählt aus ihrem Leben. Das gibt es nur hier zu hören, das am 25. Oktober ab 20 Uhr. Bitte weitersagen. I'm not sleeping tonight I'm not closing my eyes I'm not letting you go I won't let you out of my sight I'm not sleeping tonight You're too good to waste You're crazy about you So crazy about you I'm not sleeping tonight I'm not closing my eyes I'm not letting you go I won't let you out of my sight Hello, this is Sonja Jones from The Singer, from James Last Orchestra and Elements, the group by Four. Just saying hello to you all there. Hello, Radio Peter. You're good to have somebody Juan Pablo He'll swoją Do you have nobody Why are you I mean, enjoy You Vielen Dank.